Gut, dann mache ich jetzt mal hier das andere da mit dir das Hauptquest weiter. Hauptquest, ja. Wir haben ein paar kacken Teilsender. So, da geht's weiter. Rabbit. Das weiß ich halt noch nicht. Die ganze Zeit auch nicht sagen. Du kannst dadurch aber hier auch nichts benutzen, ne? Ich den Sequenz her gar nichts. Ach wohl, ne, da ist ja die Geschichte. Geheimnis, ne. Das hatten wir ja schon mal. Würdigkeit. Wo ist denn jetzt dieses Rain-Quest jetzt eigentlich? Ich sehe das gar nicht. Das müssen wir denn nett machen. Riddler. Hier steht schon wieder ein paar Idioten rum. Ich weiß nicht, wir müssen ja irgendwie jetzt diesem elektromagnetischen Scheiß hier folgen, ne? Da geht's hier rein. Siehst du das? Rechts neben dem, rechts neben dem Gebäude. Rechts neben dem Gebäude. Ja, hier ist das ein Hotel. Ja, oder was auch immer. Du bist ja jetzt gerade so ein Rambo, kann das sein? Ja. Ah, okay. Ah, okay. Hast du? Über die, die... Ja, 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 ja. Bin ich hier wieder in einer geilen Schlägerei? Ja. Mal was Neues. Soll ich auch mal was auf die Mappe kriegt, ne? Ja, ja. Macht man ja sonst nicht den ganzen Tag. Natürlich. Here we are. Under my pants. Broush. Hotelparkplatz. Gut. Ah ja, hier ist wieder was. Wusste ja unbedingt diese Scheiß. Wusste ja unbedingt die Scheiß. Das ist schon wieder 60.000 Meter weiter. Das ist alles für Elektroscheiß. Ich glaube, jetzt kriegen wir hier endlich dieses Gerät, das wir durch Elektro durchgehen können. Ich glaube, du kriegst dann diese Fäuste, dass du diese Spannungsgeräte, diese Generatoren anwerfen kannst, glaube ich. Mit den Fäusten vom Elektroschenjahr. Spannungsgeräte. Ja. Da haben wir doch den einen Tor da, glaube ich, gehabt, den wir nicht so machen konnten, ne? Genau, aber welcher, frage ich mich jetzt nicht. Und wieder ein Kampf. Es ist schön. Ja. Ah, natürlich. Was ist denn jetzt? Da sind jetzt... Da sind jetzt... Ah, oder so. Strom aus. Ja. Ach so. Also doch da unten rein. Kämpfst du jetzt gerade gegen diesen Karate-Fuzzi da? Ja. Gut, dass es hier immer solche kleinen Hilfestellungen für Batman gibt. Ach ja, jetzt muss er mit der Bumme ankommen. Der blöde Penner. Oh, wie ich das hasse. Ja. Ja, schön in einer zünftigen altdeutschen Schlägerei. Und dann kommt da einer mit seiner Drecksbumme in die Ecke und macht alles kaputt. Und du kommst mit einem Messer zur Schießerei, ne? So ist es. Der Krankenwagen des Jokers. Er muss in dem Gebäude sein. Ah, ja, genau. Ich mach ja nix. Ich mach ja nix hier. Ich mach ja überhaupt nix. Nein. Cool. Dieses schöne Klingeln, Spielzeug, Spieluhrmusik wieder. Hier. Ist immer was sehr schön und... Sir, wissen Sie, wo genau im Hotel der Joker sich auffällt? Noch nicht. Wieso? Nun, es scheint einen Überwachungsraum in der Lobby zu geben. Sie könnten nie mithilfe der Kameras hin. Okay. Ich versuch's. Okay, I try. Hier ist genug Sprengstoff, um das Gebäude in die Luft zu jagen. Ich frage mich, welche anderen Überraschungen auf mich warten. Sprengstoff. Oh, oh, oh. Hier müssen wir wieder Predator spielen. Und einer stört wieder ja alles. Natürlich. Ach, das war das aus dem Trailer. Nee, wenn er sowas abzieht, wird ihm niemand mehr vertrauen. Er wird vor allen anderen Organisationen in der Stadt das Gesicht verlieren. Mann, seht ihr doch an, was er uns hier machen lässt. Denkst du ernst? Er hat Angst, das Gesicht zu verlieren? Ah, da unten kommt der Störenfried. Okay. Schlinkpflanze. Scheiße, jetzt bin ich immer in der Falle. Ich sag mal, diese Level werden bestimmt auch mal irgendwie so eine Herausforderungs-Challenge werden. Also so ein Challenge-Mode ergeben. Und das wieder in einer bestimmten Zeit alles hier erledigen muss. Und wieder 15 verschiedene Arten des Ausschaltens machen muss. Hast du eigentlich mal Mr. Freeze auf Hart besiegt? Nee. Das war interessant. Nee, das war ja Teil des Spiels. Du musstest da. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, an welchen Schließlichheitsgrad ich das gemacht habe. Das kann ich dir nicht sagen. Kollege Schnurrschuh, das geht nicht. Wo geht denn das jetzt hier? So, da ist der Letzte, glaube ich. Ja. Schluss. Wo ist der Kackraum? Da ist er nicht. Das ist ja der Ecke. Aha. Dort. Oh, immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Ich muss in den Überwachungsraum kommen. Ja, da gehe ich auch gerade hin. Ja. Da gehe ich auch gerade hin. Freunde. Killer. Willkommen zur ersten vierteljährlichen Leistungsbewertung. Wie Sie hier sehen können, befinden sich die Batman-Tode weit unterhalb der Prognosen. Da sollten wir aber dringend dran arbeiten. Und mit wir meine ich dich. Verstanden, Mr. Piuschener? Und wer zur Hölle bist du? Ich bin der Typ mit dem Geld. Ah, da ist er. Und der Knarre. Gemeinsam. Gemeinsam, oder? Gemeinsam. Also, wenn ich dich anheure, den Batman zu töten. Hältst du die Klappe und tötest den Batman. Hast du dem noch irgendetwas hinzuzufügen? Was meinst? Das dachte ich. Ja. Geil. Was für ein Aufgriff. Aha. Was für ein Obstkuchen ist fantastisch. Will einer ein Stück? Alles klar? Die Versammlung ist vertagt. Raus mit euch und tötet Batman. Oh. Die alte Fliege ist auch da. Und Bane. Beweg dich, Großer. Nein. Er kommt, dich hole. Und wenn er hier ankommt, werde ich ihn töten. Also wartest du. Na, das sollte spannend werden. Wo bist du jetzt gerade? Bitte? So bist du jetzt gerade. Vielleicht können die Schockhandschuhe des Electrocutioner-Sprung zuvor wiederherstellen. Warum, wo du die Leute wieder ausknocken musst. Aber bin ich gleich durch. Letzte Störse hier. Ja, jetzt habe ich die Scheiß-Sprung hier. Ja. Jetzt habe ich die Scheiß-Sprung hier. Und aufwärts geht's. Das erklärt natürlich jetzt einiges. Gut, seid bereit, euch in der Bewegung zu setzen, wenn ich anfange. Was hast du an? Was habe ich an? Was hast du an? Ich trage ein Eichhörnchen-Kostüm. Ein Eichhörnchen-Kostüm? Ja. Mit so einem Riesen-Dildo. Umgeschnallt mit so einem Strap-On quasi. Ja, auf der Stirn habe ich das. Wie so ein Einhorn. Das macht aber schon einen sehr erotischen Eindruck. Ja. Hello, waiters. Enjoy the show. Das war's für dich. Ja. Ich bin immer,ãy. Ich bin immer dir. Das war's für dich.